Karl Ludwig Diehl war ein deutscher Schauspieler. Leben und Wirken in den 1930er und 1940er Jahren zählte Karl Ludwig Diehl, Sohn des Nationalökonomen Karl Diehl, ebenso wie Hans Albers, Willi Birgel, Johannes Heesters, Karl Radatz, Heinz Rühmann und Viktor Stahl zu den prominentesten deutschen Filmdarstellern, ist im Gegensatz zu diesen dem heutigen Publikum aber kaum noch bekannt. Als Sohn eines Wirtschaftswissenschaftlers besuchte Karl Ludwig Diehl in Königsberg und in Freiburg im Breisgau ein humanistisches Gymnasium. Nach dem Abitur nahm er Schauspielunterricht, wurde nach Beginn des Ersten Weltkrieges jedoch als Soldat eingezogen. 1919 konnte er die Ausbildung an der Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin fortsetzen und erhielt erste Engagements in Wiesbaden und an den Münchner Kammerspielen. Sein Filmdebüt hatte er 1924 mit einer Nebenrolle in einer Produktion der Münchner Union Filmco. MbH, für die er im selben Jahr gleich noch ein zweites Mal vor der Kamera stand. Fünf Jahre später ging er nach Berlin, wo die erste Hauptrolle folgte. In Rudolf Meinerts Film Masken, dem Remake eines erfolgreichen Detektivfilms aus dem Jahre 1919, spielte Diehl den Ermittler Stuart Webbs. Noch im selben Jahr trat er neben Lilian Harvey und Willi Fritsch in zwei Sprachversionen des Ufa-Films »Liebeswalzer«, seinem ersten Tonfilm, auf. Karl Ludwig Diehl arbeitete weiterhin für die Ufa und für andere, kleinere Berliner Produktionsfirmen, wobei er seiner distinguierten Erscheinung wegen meist als Diplomat, Adliger, Offizier, Rechtsanwalt, Bankier, Unternehmer, Ingenieur oder Arzt eingesetzt wurde. 1934 verkörperte er in Paul Wegeners Ufa-Film »Ein Mann will nach Deutschland«, einem der ersten Filme, die ganz vom Geiste des Nationalsozialismus getragen waren, einen in Südamerika tätigen deutschen Ingenieur, der sich über zahlreiche Widerstände und die Anziehungskraft einer reichen Einheimischen hinweg setzt, um nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges in die Heimat zurückzukehren, da er sich dort als Kriegsfreiwilliger melden will. Obwohl er in seinen Filmrollen eher Seriosität und Verlässlichkeit als Sinnlichkeit ausstrahlte, trat Karl Ludwig Diehl bereits seit 1931 immer wieder auch als Liebhaber auf, etwa in »Zwei in einem Auto«, »Die Freundin eines großen Mannes«, »Liebe geht seltsame Wege«, »Die schwedische Nachtigall«, »Nacht ohne Abschied«, und »Die Hochstaplerin«. Herbert Selpins Film »Ein idealer Gatte« bildete daneben den Auftakt zu einer Reihe von Filmen, in denen Diehl Ehemänner darstellte, die ihren Mangel an Liebhaberqualitäten durch Loyalität und Verlässlichkeit wettmachen. Zum Beispiel in »Es geht um mein Leben«, Gustav Gründgens »Ephi-Briestverfilmung«, »Der Schritt vom Wege« und »Annelie«. Ebenso mustergültige Väter verkörperte Diehl in den Filmen »Seine Tochter ist der Peter« und »Der grüne Domino«. 1939 wurde Karl Ludwig Diehl von Josef Goebbels zum Staatsschauspieler ernannt und wirkte im Anschluss daran in der Rolle eines irischen Barons erneut in einem Propagandafilm mit, dem anti-britischen Freiheitskämpferdrama »Der Fuchs von Glenarven«. Im zerstörten Nachkriegsdeutschland fand Karl Ludwig Diehl Theater-Engagements in Konstanz, Göttingen und München. In den 1950er Jahren kehrte er zum Film zurück und trat in 17 weiteren Spielfilmen auf, konnte an seinen früheren Erfolg jedoch nicht anknüpfen. Seit 1930 war er mit Mary von Ruffin, der Schwester des Schauspielers Kurt von Ruffin, verheiratet. Er ist auf dem Waldfriedhof München begraben.